Start zum Preis der Gemeinde Dealsdorf mit Startverlust Sirene du Jour. Mocafix übernimmt die Spitze, wie er dies zuletzt schon in Avonche getan hatte. Zweite Stelle taucht die Favoritin April Valley auf. Dann ist Great Dillon zu sehen mit Avicii und Rosette Delizy. Das Feld schon weit auseinandergezogen. Sirene du Jour am Schluss des Feldes hinter The Gallery und Laurentio, die um Anschluss bemüht sind. Auf der kleinen Bahn wird hier gelaufen. In einer Runde geht es hier noch 300 Meter bis ins Ziel. Erste von zwei Tribünenpassagen mit Mocafix vor innen Rosette Delizy. Dann April Valley, die Favoritin, die Fuchsstute in Brauer mit den hellbladenen Sternen. Dann Power Primus aussen in rot, schwarz und weiss. Dann der Schimmel Ray Dillon. Dann folgt Avicii. Dann ein weiterer Schimmel, das ist Tiger Mood. Gefolgt von der Nummer zwei Espresso mit Adelina. Dann Third Fantasy, Laurentio The Gallery. Und am Schluss immer noch Sirene du Jour. Es geht in die letzte Gegenseite und dann wieder auf der kleinen Bahn natürlich in den Bogen, sodass die Zielgerade etwas weniger lang ist für die Pferde. Vorne ist Mocafix, aber an zweiter Stelle April Valley. Da hat Tim Bürging immer noch einiges in der Hand. Mocafix versucht sich jetzt aber zu verabschieden. Mocafix für April Valley. Dann Rosette Delizzi. Dann hat Avicii Anschluss, der jetzt aussen angreift. Avicii geht an die Seite von April Valley. Dritt innen ist Rosette Delizzi. Und auch der Schimmel Ray Dillon ist noch nicht geschlagen. Geht in den Einlauf noch etwa 300 Meter mit April Valley und Mocafix. Aussen Avicii. Dann versucht eben Espresso sich einen Weg zu bahnen. Auf Rosette Delizzi oder außen kommt Grey Dillon. Vorne ist aber jetzt Avicii. Avicii Third Fantasy sucht hier einen Weg. Third Fantasy und Grey Dillon Third Fantasy. Innen kommt Espresso und April Valley. April Valley außen ist Third Fantasy. Third Fantasy. Third Fantasy vor entweder Espresso oder April Valley. Aber Third Fantasy gewinnt hier mit Challenge Schock. EINWTERT